Crosstour Dashcam Mini Autokamera CA300 Eine Dashcam zeichnet ab Start deiner Autofahrt kontinuierlich Bilder auf einer Speicherkarte auf. Diese können im Extremfall helfen, unübersichtliche Situationen rückwirkend zu sichten bzw. nachzuvollziehen. Diese Dashcam mit Full HD Auflösung verfügt über einen 3 Zoll LCD Bildschirm, was ca. 7,6 cm entspricht. Der Bildschirm bietet eine Echtzeitwiedergabe, damit du jedes Detail während der Fahrt klar sehen kannst. Das 170 Grad Weitwinkelobjektiv kann vier Spuren auf der Straße gleichzeitig abdecken. Die 6G Glaslinsen sorgen für eine gute Beleuchtung und damit für ein klares Video. Auch nachts übermittelt diese Dashcam bedingt durch eine große Blende, klare Bilder und sogar ein anderes Kennzeichen kann klar erkannt werden. Die Aufzeichnung startet automatisch, wenn eine Objektbewegung erkannt wird. Der G-Sensor wird aktiviert, wenn das Fahrzeug auf einen Notfall trifft und die Ereignisdatei automatisch blockiert wird. Die 24 Stunden Loopaufnahme überschreibt automatisch die älteste Datei, um die aktuelle Datei zu speichern. Die kompakten Abmaße und eine gute Befestigungstechnologie ermöglichen eine unauffällige Montage an der Windschutzscheibe, sodass das Sichtfeld beim Fahren nicht gestört wird. Die Spracheinstellungsmöglichkeit kann in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch und auch Russisch wiedergegeben werden. Diese Dashcam gibt es auch noch in anderen Ausführungen, die du dir ansehen kannst, wenn du auf den Link unterhalb dieses Videos klickst. Im Lieferumfang sind einmal Micro-USB-Kabel, einmal Saugnapfhalter, einmal 3M-Klebehalterung und ein Autoladegerät enthalten. Eine Micro-SD-Karte muss man separat dazu kaufen. Amazon-Kunden, die diese Dashcam bereits im Gebrauch haben, sind begeistert von der kompakten Größe, die sie unauffällig macht. Das lange Kabel zum Zigarettenanzünder ist praktisch für die Stromversorgung und hier könnte man auch noch ein weiteres USB-Kabel mit hineinstecken, zum Beispiel für das Handy. So können zwei Geräte gleichzeitig geladen werden. Weiterhin ist die Bildqualität einwandfrei. Bei Amazon wurde diese Autokamera von Crosstour mit dem Amazon's Choice in der Rubrik Dashcams ausgezeichnet. Sie zeigt eine Kundenzufriedenheit von 4,8 von 5 möglichen Sternen bei fast 60 abgegebenen Bewertungen auf. Eine praktische Kamera, die du dir für deine nächste Autofahrt sichern kannst, indem du sogleich auf den Link unterhalb dieses Videos klickst.